Ah, ich muss sagen, die Aufgabe für den Gewinn der Florian Mainz, die war nicht einfach. Ein Weihnachtsgeschenk, das dem Kunden etwas bringt, etwas von uns zeigt. Eine wiederkehrende und allzu bekannte Herausforderung jeder Agentur. Die Agentur, Werbe-Bereich GmbH, die hat das toll gelöst. Die Idee, ein Genusspaket. Da bin ich ins Witz, ich packe einen Kuchen. Stellt euch vor, ich habe das auch geschickt bekommen. Da habe ich den Florian Mainz zu mir nach Hause eingeladen und erwartet sich, habe ich gesagt, wir können Kuchen packen. Da habe ich gesagt, geht schon Mainz, da setzt dich her, zu mir, halt das ist meine Bank, auch deine Bank. Und dann ist es auch gegangen. Das Begleitbüchlein, was da bei dem Genusspaket dabei war, habe ich gesagt, brauche ich nicht. Der Hermenator hat die Streif gepackt, also werde ich einen Kuchen auch packen. Wenn ich Kitzbühel über die Mausenvolle habe, dann habe ich keine Angst, wenn ich über den Kugel habe. Ah, das war Spaß, das war eine Mordsgaude. Wir haben gebacken, bis wir es nicht mehr gebacken haben. Alles Gute, Flo, und wenn Sie einmal wissen wollt, wie man einen Schlepplift überholen kann, dann rufen wir an. Und da wird auf die Vomentspraxieren können.